Ich sag doch, guck mal, guck mal, wie lange ich dafür gekämpft, dass Engel und Igli live gehen. Wallah, ich hab so lange dafür gekämpft und endlich mich hat das sehr gefreut. Bad Moms hat kein Talent, Bad Moms hat seine Seele verkauft. Anita hat Talent, Anita, sein neues Lied wird viral gehen, glaube ich, wirklich. Du kriegst Geld im TikTok mittlerweile. Ja, ja, 130.000. Anja, dumme Kaube wie die anderen, sonst bringt das nichts. Du weißt doch, wir sind real Engel. Ja, aber heutzutage musst du leider kaufen, damit du in die Trends kommst. Wallah, Anita. Seema, spinnst du, Wallah, Anita hat Talent. Anita war bei DSDS und ein Seema schreibt, Anita hat auch kein Talent. Was soll man machen? Isallah, Isallah, Seema, kämpfst du alleine deinen Weg, Isallah. Wallah, Isallah. Oh Gott. Und wie geht's dir, was machst du? Wallah, ein bisschen Action, bis 5 Uhr. Ich bin heute wachaktiv, nachaktiv und heute geht's ab bis früher. Wie gestern. Ja, dreh durch, du weißt. Wann kommt dein Lied raus? Du hast auch was aufgenommen. Bro, ja, ich hab wieder was aufgenommen, aber ich warte auf Ferhat zu zeigen. Ferhat wird das... Auf was? Ferhat, Ferhat Dubai, der wird das Sponsorin. Also ist das Video-Dreh und so? Ja, Bruder, ich will so 50 Frauen mit Hundeleinen und so. Wallah, ich will diesmal richtig so, richtig, richtig geiles Videoclip. Mit richtig schlupfen. Ach, das passt doch zu dir. Das passt. Ich sag, 10 Mal, mach kranke Videos. Letztes Mal, wo ich zu dir gesagt hab, Engel, bei diesem einen Lied, machst du ein Video, du sagst zu mir, nein, Bruder, ich mach mit iPhone-Kamera. Scheiß drauf. Junge, sag mir, brauchst du Frauen oder so? Ich bring dir. Nein, Bruder, ich mach mit iPhone-Kamera. Apropos, Anitta hat wirklich Connection. Anitta könnte es echt machen. Aber diesmal ist Ferhat da. Diesmal machen wir das. Ja, mach das Ziel durch. Nimm einen geilen Song auf. Wie heißt denn der Song? Amunialim. Kannst du mal eine Hörprobe, damit ich schlafen kann? Bei Hexenjäger ist doch drin, hat irgendwie schon 200.000 Klicks. Ja, nein, ich will aber, guck mal, Engel, das Ding ist, du hast in live so eine Stimme, die bringt einen so, weißt du, zum Schlafen. Okay, pass auf. Halte. Aber du kannst nicht mit Beat, warte, stopp. Bist du mit Beat unbedingt? Ja, normal, wenn, professionell. Wir sind doch jetzt, ja, ne, professionell geworden. Ja, gut, völlig Ausnahmemeister, mal gut. Ausnahmemeister, mal gut. Aber ich mach einen anderen Beat schnell auf, dann. Du weißt, ich mach immer so einen französischen Trapid. Und vergiss dich am Anfang. Ja! Ja, komm, da warte. Dann machen wir richtig, professionell. Warte mal, erst mal einen guten Schluck nehmen. Ja. So, dann machen wir richtig, dann machen wir es professionell. Wir nehmen El Chapo, Pablo Escobabit, Spanisch. Warte mal, passt. Ja, komm, 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 komm. Hast du das reingehauen? Auf Hexenjäger, ne? Okay, dann mussten wir das alle pushen und teilen. Ja, Bruder, läuft bei mir so. Meine Musik läuft immer gut, keine Ahnung warum. Sogar die Lana hat bei Spotti 4 Millionen Klicks. Weiß nicht, warum. Walla, ich fließe da nur rein. Anita Walla, ich schreibe keine Texte, nichts. Ich bin voll besorgen im Studio, ich fließe da was rein und das kommt immer gut an. Walla, kein Lied hat von mir getroffen. Ja, weißt du was bei dir? Du kannst gute Toplines. Weißt du, was Toplines sind? Ja, so wie Studio-Stone und so, was man merkt, oder? Walla. Toplines sind diese, was du da zum Beispiel, du machst ein Beat an und dann machst du... Anita, du mit Musiker, ich bin keine Musiker, ich bin kommentiert, ich erzähle. Toplines zum Beispiel, du machst ein Beat an und in dem Beat machst du zum Beispiel... Nur die Melodie, das ist Toplines. Keine Ahnung, ich geh da voll besorgen rein. Das machst du gut. Alles, was in meinen Kopf kommt, hau ich rein an mir da oben. Ja, Walla, Baba. Baba. Leute, nächster Song, Engelsgesicht. Ich küsse dein Herz, Engel, mach Action jetzt. Anita, ich bin auch mit... Anita, ich hab mit Casanova geschrieben, Walla, ich will unbedingt mit dir und Casanova auch ein Feature. Ihr beiden, aber ich will es produzieren. Ich schwöre bei Gott. Ein Song. Ich schwöre dir bei Gott. Guck mal, Engel, ich hab die zehnmal gesagt. Ich bin der größte Ruhe, wenn du und Casanova keine zehn Millionen Klicks habt. Du und Casanova einen Song. Aber ich will es produzieren. Ich will den Text schreiben. Das würde Rekorde brechen. Ich hab schon einen Text. Walla. Ja, aber dann musst du, du musst für Casanova auf Türkisch schreiben. Walla, ist alles vorbereitet. Walla, Kassime dabei. Ich will den Rekorde brechen. Kassime zählen. Anita, Anita. Yahu, Senor. Walla, ich hab schon alles geschrieben. Walla, ich bin schon alles in Vorbereitung. Okay, vertrau mir. Du musst auf jeden Fall jetzt erstmal mal durchdrehen. Und du, du bist sowieso einer. Guck mal, Engel ist so. Ich hab Engel jetzt fünfmal gerufen nach Wuppertal. Der hat einen Schlafplatz hier. Ich hab eine Wohnung für den geklärt. Sogar eine Kachba hab ich für den geklärt. Der kommt nicht mal für eine Kachba hier hin. Versteht ihr? Der kommt nicht mal. Der Engel weiß nicht mal, wie man den Zug einsteht. Der weiß nicht mal, wie man diesen Ticket zieht. Walla, der ruft mich an und sagt, wie zieh ich diesen Ticket? Ich sag, Junge, gib diese Zahl ein. Der sagt, Walla, ich weiß nicht, wie die Zahl geht. Ich weiß nicht, wie die Zahl geht. Was soll ich wissen? Ich stehe das nicht ein. Das tut weh, wenn ich Ticket kaufe. Obwohl ich Geld hab. Er weiß nicht. Wenn Gott 100er kommt, Engel denkt, das ist Polizei. Er läuft Toilette rein. So ist Engel. Der schickt sich so viele Filme. Du musst kommen, Engel. Vertraue mich. Komm einmal nach Wuppertal. Ich spür's, du weißt, du bist bei mir wie zu Hause. Du bist immer willkommen. ート Material. 990 Ticket. Heute bin ich auch. Sag, du schaff. Na, dann hast du Ticket. Sag ich, nein. Ich spür's, hab das dabeig gehabt. Sag ich, nein. Sag ich. Ich fahr schwarz. Weißt, was ich gesagt habe. Ah, sie sind leicht behindert. Okay, sie müssen nicht zahlen. Ich schwöre bei Gott. Warum soll ich nur noch das zahlen, wenn du zum Sollst gibst? Das ist der Samen. Du hast auch recht. Ich bezahle gar nichts. Nein, Engel braucht nicht. Aber Engel, wirklich jetzt beim nächsten Mal, wenn ich sage, komm, Hadilla, was ist los? Was willst du in München? Ich verstehe das nicht. Bro, ich sage so. Anita, ich bin oft daheim mit Lieber, mit Fans so live, dass Leute besser, ich zählt mir mittlerweile raus. Ich gehe nicht mehr so oft. Lieber daheim, weil... Ja, aber du bist behindert, wenn du nur zu Hause bist. Nur zu Hause bist du behindert nach einer Zeit. Nein, wenn du die richtigen Materialien hast, Anita, dann bist du gut drauf. Ja, ich bin ein Mensch, ich muss immer unterwegs sein, ich muss ein bisschen... Weißt du, da, da, da... Ja, weil dein Sieg ist gut. Liegst du Urlaub? Bitte? Liegst du Urlaub? Ja. Wohin? Anita, bist du behindert? Mein ganzer Ausweis bei der Polizei kann nicht mal Bayern verlassen. Das weißt du auch alles privat. Ah, immer noch? Denkst du, ich werde sie für den nächsten Ismir? Wallah, ich dachte, du hast alles geklärt. Du hast dir einen neuen Pass gekauft irgendwo. Du heißt Sebastian. So dachte ich jetzt von dir. Polizei, die macht mir Spaß. Ich kenne diese Frau nicht. Okay, Anita, ich gehe langsam ein Match machen. Pass auf, mein Prinzessin. Bleib wie du bist, gell? Hallo Röber zu Engel, Leute. Hallo Röber zu Engel. Jetzt brauche ich auch, mach du. Was? Wo gehst du hin? Ich gucke dir jetzt zu. Achso, okay. Ich gucke dir jetzt zu, jalla. Mach doch Match, weil das ist eine neue Langliste. Du machst ewig kein Match mehr. Welchen Platz bin ich? Ich bin schon drin. Ich bin, glaube ich, Platz. Warte. Aber jetzt, gerade fängt neue Langliste an. Ja, halt. Ich mache jetzt. Ich drehe durch. Ja, pass auf. Ich bin, glaube ich.